Hallo liebe Sichtbarkeitsfreunde, heute geht es um die Vorteile von Online-Kursen. Ich persönlich schwöre drauf, dass die super sind und mega Potenzial bieten für Leute, die sich im Internet als Experte positionieren möchten. Mein Name ist Gabriele Löger, seit 2017 habe ich die Sichtbarkeitsakademie gegründet. Da zeige ich Leuten, die sich ein Online-Business aufbauen wollen, wie sie das schaffen können mit Online-Kursen und auch wie sie digitale Produkte verkaufen können. Und jetzt geht es darum, welche Vorteile Online-Kurse haben. Und als allererstes, Online-Kurse sind ein Mega-Medium, damit du dich als Experte positionieren kannst. Das heißt, dass deine Kunden dich als Experte für den Bereich, in dem du dich als Experte positionieren möchtest, auch wirklich wahrnehmen. Es ist so wichtig, dass du auch für ein spezielles Thema von deinen Kunden so gesehen wirst, dass du die richtige Ansprechpartnerin oder richtige Ansprechpartner eben bist. Das Zweite ist, du kannst Online-Kurse auch dazu nutzen, dass du Interessenten zu deinen Kunden machst. Und da rate ich häufig dazu, dass man kostenlose Lektionen anbietet und dann, also die sollten abgeschlossen sein und darauf aufbauend dann sozusagen zusätzliches Material anbietest, was dann aber kostenpflichtig ist. Oder du nutzt deine Online-Kurse, um dich von anderen Mitbewerbern abzuheben, indem du ihnen einfach zusätzliches Wissen und Know-how zu den Produkten, die du anbietest, zur Verfügung stellst. Mit auch natürlich entweder kostenlosen oder kostenpflichtigen Online-Kursen. Und das Dritte ist, und das darfst du natürlich nicht unterschätzen, du kannst mit Online-Kursen passives Einkommen für dich generieren. Weil wenn du weißt, wie es funktioniert, dann kannst du Online-Kurse zu 100% automatisiert aufsetzen und deine Kunden können sich die jederzeit weltweit abrufen, sodass du einfach dann, wenn du sie einmal erstellt hast, eigentlich keinen weiteren Aufwand hast, weil alles automatisiert läuft. Und wenn du wissen möchtest, wie das genau funktioniert, dann klick hier oben auf dem I einfach, denn da habe ich dir das kostenlose Beratungsgespräch verlinkt. Da unterhalten wir uns 30 Minuten und hauptsächlich geht es darum, dass du mir erklärst, wo du stehst. Und ich kann dir kurz umschreiben, wie ich dir genau helfen kann. Und dann geht es nachher darum, ob du der Meinung bist, dass wir beiden zusammenpassen. Und ich würde dann in einem 1 zu 1 Mentoring oder Coaching dir genau zeigen, wie du dir deinen Online-Kurs aufbaust. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag, genieß dein Leben, bis dann, tschüss!